Zit gainig . Hey wer läuft jetzt heim weh ? Ich schlaffe ? Oh Bratku ist Bratku gut ! Hey Bratku, Steiner ! Alles ok ? , wie geht's Familie gut ? Hey , frage erst mal was ist am 15 Dezember vorherst ? Nix passt gut. Erst am 15. Dezember ist um 15 Uhr in Hofenäder Gassi, das verdient erst nicht richtig. Ich kämpfe auch. Na sicher, ich kämpfe sicher, weißt du. Wir gewinnen, wir gewinnen. Gegen diese italienische, kennst du noch diese Romeo und diese Zahme und diese? Ich glaube immer, diese was passiert. Pas sicher, jetzt kommst du einfach und dann siehst du, weißt du. Hofenäder Gassi 3, 15 Uhr, 15. Dezember, notiere das, okay? Weißt du, warum du kommen musst? Ich bin churchman. Ich bin italienisch. Hallo Bratko, ich liebe dich. Genau. Underground Wrestling.